Inhalte werden empfangen Ah We can't load this door office Please check your connection Error code 2446 man Okay Julian B Erster Moin was geht Das ist wirklich der erste Mann Krass Justin Gamer XD Moin was geht Alter du hast ja schon wieder ein neues Profilbild Alter das sieht ja übel Ist das ein Grinsen Ist das irgendwas grün schwarz Das sieht auf jeden Fall mega cool aus Moin was geht auf jeden Fall Bumblebee moin was geht Maximus moin was geht Mandy moin was geht Dino Clan moin was geht Loin streamt wieder live und macht Wieder auf Hä Was Leute startet den live stream und macht Wieder auf Ethan Moin was geht Äh Tro Moin was geht Wieso der stream ist doch online ne Also bei mir wird er online angezeigt Ich weiß nicht wie es bei euch ist Aber bei mir wird er auf online angezeigt Egal ich starte jetzt mal eine Runde Ähm Multiplayer Ähm Den normalen Modus Bissin Star Wars Wie geht's mir geht's gut Und wie sieht's bei euch aus Leute Heute schon ein bisschen Fortnite gespielt Ich hab schon eine Stunde gezockt Mein heutiges Highlight war Platz 2 Bei Fortnite Leider nicht gewonnen Alter das war so knapp am Ende Es triggert mich übelst Ah man ey Irgendwie sind die Server bei mir Komplett für den Arsch Was das Spiel betrifft Ich weiß nicht warum Aber die Server sind einfach komplett für den Arsch Ich hab andauern irgendwelche Disconnects Aber ich will das Game trotzdem noch ein bisschen zocken Er ist on Ja Das sehe ich genauso Das ist doch kurz Mein Headset ein bisschen Alter was ist das Cannot find Äh Ich probier's noch einmal Danach schalte ich mal kurz mein Spiel neu Weil das ist ja übelst Random Ich hatte den letzten Stream verpasst Ja Man kann halt nicht alles Man kann halt nicht immer alles mitbekommen Okay Iraklis Moit Was geht Luis Und was geht Will ich jetzt schon wieder den Fehler haben Ne Dann schalte ich kurz mein Spiel neu Ich schalte mal kurz mein Spiel neu Was ist das denn alter Warum So What the fuck man alter Ich hab das irgendwie random Immer Also ich irgendwelche Bugs habe Und spielen die komplett What the fuck sind Die einfach Keiner weiß warum Aber die Bugs sind einfach da Die Bugs Sind Einfach da Noah X Moin Was geht Alles gut Ich zocke es auch Okay Es kann sein Dass das Spiel noch ein bisschen zu laut ist Weil ich noch die Soundeinstellung machen muss Ich hab mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt Bei dem Spiel Ich hab das wohl gesagt Gerade nur eine Stunde aufgenommen Und einfach mal Auf gut Glück Alles gecapt Das war gerade auf jeden Fall laut Bin ich jetzt online Oder bin ich schon wieder offline Weil letztes Mal war ich immer jetzt offline Ich denke mal das Spiel ist noch ein bisschen zu laut Ich stell das einfach sicher als halber mal ein bisschen runter Ich geh einfach mal auf von mir Ich denke mal das dürfte cool sein Ich denke mal damit dürfte alles in Ordnung sein Ich geh einfach mal jetzt Ähm Ich hoffe mal dass ich jetzt eine Runde finde Ansonsten sehen wir uns gleich in Fortnite wieder Just say it Spielst du auf der Playstation 4 Jo Ich bin neu auf deinem Kanal Moin Freut mich dass du auf meinen Kanal Zu meinem Kanal gefunden hast Was auch immer Ich hoffe dir gefällt der Scheiß den ich bringe Ich glaube damit kann man Damit kann man Alter We can find any able games Check Select And try again Sind die Server gerade down? Sag jetzt nicht Ich komme online wenn die Server down sind Alter Das wäre jetzt schon wieder richtig Das wäre jetzt ein richtig geiler Moment Alter Möchtest du mich verarschen? Hä Ich joine einem Game Aber gleichzeitig bekomme ich eine Fehlermeldung Was Alter Das ist eine Beta Es ist eine Beta Hab diesen Buggeste nicht gehabt Als ich es gezockt habe Okay Das ist schon wieder so Das ist schon wieder mein Glück Nico Moin was geht Hi ich bin M Bonner D Hast gestern Meine FA angenommen Achso okay Habt ihr gerade FA geschickt auf Xbox Vielleicht können wir später voll einzocken Ja und wahrscheinlich Grüß mich bitte Grüße gehen raus an Simone Wen nehme ich denn? Ich habe eigentlich mit dem Heavy Bis jetzt am meisten gespielt Der Heavy war eigentlich Ziemlich geil Also der Heavy Der war Justin Gamer Überlass ihn Die Entscheidung Ob er mich abonnieren will Kann er selber entscheiden Ich denke mal alt genug Wie kann er durch dieses komische Visier An seinem Schädel was sehen? Kann er da echt durchgucken? Alter Ich sehe Alter sieht aus Als hätte sie einfach Irgendein Ding Einfach vor's Gesicht geklatscht Man Wir nehmen einfach mal den hier Ich weiß nicht warum Aber ich mag Ich mag Sturmtruppler Ich weiß auch Ich finde die sehen übelst cool aus Von der Panzerung her Sie sehen einfach übelst cool aus Um jeden Fall Es kann sein Dass ich näher nochmal online komme Ich werde jetzt erstmal nur so Ich weiß nicht Einfach mal eine Stunde oder so Mal wieder ein bisschen rein Ein bisschen reinzocken In Star Wars Und dann wahrscheinlich irgendwann mal Fortnite wieder streamen Ich weiß nicht Wahrscheinlich heute Abend oder morgen Ich weiß auch nicht Ich habe auf jeden Fall noch eine Menge vor heute Und ich kann es nicht versprechen Okay Ich kann es einfach nicht versprechen Heavy finde ich am besten Ja ich finde den Heavy Bist jetzt auch am besten Aber ich will halt auch mal andere ausprobieren Weil ich habe gesehen Dass der hier eine Schroffel hat Hast du eine Xbox 360? Ja aber die ist original wieder zurückverpackt Weil ich keinen Grund sehe Noch mit einer Xbox 360 zu spielen Mit einer Xbox 360 Pro Und mit einer Xbox One Da machen eine 360 nicht unbedingt noch Sinn Ne Wenn du die auch überall rumliegen hast Also das ist zumindest meine Meinung Wo rennen die eigentlich alle hin? Wo muss ich mal interessieren? Außerhalb der Karte rennen die hin Ah so okay Verdammt man Ich wollte echt hin Ich habe mir gestern eine PS4 gekauft Wo ist denn die gekauft? Man hat es wahrscheinlich gekauft Letztes schon Oh mein Gott Drohne Das sind die falschen Das sind nicht die Drohnen die ich suche Wo sind eigentlich die ganzen Gegner? Wo sind die ganzen Gegner? Na gut ich bin ja bis jetzt Drum rumgelaufen Warte da hinten Ich finde das total komisch alle Du kannst nicht durch einen scheiß Busch durchschießen Du kannst mit einer Laserwaffe Nicht durch einen Busch schießen Mit einer Laserwaffe Fucking Laserwaffe Ich meine what the fuck man Was ist das? Der lebt Ich will einfach kurz sagen Wie springt der die ganze Zeit? Alter was sind das für lasche Laserkanonen Du kannst ja nicht mal Du kannst ja nicht mal richtig Durch den Busch schießen Alter was ist das? Wo ist es geln? Okay dann sind noch zwei Gegner Ich mag das denn Du kannst erst mal schön sehen Du kannst ja so schön durch die ganze Wand gucken Wie so ein Warlhack diese Pistole Ich habe Xbox 360 und Xbox One 1 Ich habe wie gesagt Ich habe ein Gefühl einfach alles Seralox Ich will die nicht unbedingt jedes Mal grüßen Ich habe die glaube ich schon gegrüßt oder nicht Feuerzeug 12 Guten Mittag Ja Oh mein Gott Alter Ich habe mich gerade hiermit erschrocken Ich bin gerade echt ganz kurz zusammengezuckt Alter Ich dachte mir so Fuck man Oh das war knapp Weiter wäre ich drauf gegangen So skip Ich würde gerne eigentlich mal das Ding hier nehmen Nehmen das einfach mal Einfach mal gucken was das Ding bringt Vielleicht bringt das ja irgendwas Vielleicht können wir damit sogar Leute töten Hm Na ja schauen wir mal Was Was ist das? Wie jetzt? Ich kann nicht fliegen Ich kann nur schießen Ach das ist dieser komische Laserstrahl Den ich an Dorn gesehen habe Was bringt es mir hier zu sein Ob ich nicht abschießen kann Ich kann reparieren Was ist das? Vielleicht damit Schaden machen die ne Ich mache nicht mal Schaden Ich weiß nicht was ich damit mache Alter ich mache gar nichts damit gefühlt Ich weiß nur was ich glaube ich gleich kaputt bin oder so Ich weiß es nicht Was sag ich Ich bin kaputt Alter ich sehe nicht durch bei dem Ding Dominik HDTV Moin moin was geht Hi Lukas Moin Sinn was geht Luan Moin Sinn was geht Ist das Spiel eigentlich zu laut Oder kommt mir das so vor Ich sollte mal ein bisschen Ich gucke mal kurz auf meine Einstellung Ich denke mal das passt noch Ist das zu laut oder passt das Ich denke mal so ein bisschen zu laut Ich bin jetzt in deine Runde Ghost24 Ad Ach immer diese Nachjoiner Ist echt da drin in meine Runde? Da Tatsächlich Immer diese Nachjoiner man Ich glaube das ist noch ein bisschen zu laut Ich mache das mal ganz kurz ein bisschen leise Aber das kam mir gerade ziemlich laut vor Wir machen mal auf 65 Das dürfte jetzt denke ich mal passen Zocken wir gerade aus Battlefront auf der Playstation 4 Den ersten Teil Ach zocken wir den zweiten man Der ist viel cooler man Der ist wirklich cooler bis jetzt Ist da hinten einer? Ey da sind sogar wirklich welche Auch komisch Das ist der direkte Weg Hier ist der direkte Weg Aber hier ist keine Sau Einfach keine Sau Schließt mitten am ganzen Auf der Hauptstraße gefühlt Und da ist einfach niemand Ich meine guck mal Das ist doch schon ein ziemlich einfaches Ziel Wenn man ehrlich ist Wo sind gerade die ganzen Gegner? Was sind die hier alle? Ich bin zu meinerseits Der ist selber ausgesteuert Weil die keine Sau ist Ach guck mal hier ist eine Ähm Spiel ist abgestürzt Würde gerne Würde gerne Mit der Strohflinde bei COD abfucken Kannst du mich mal Kannst du mich mal Ähm Ich würde echt schon sagen Alter wisst ihr was Wisst ihr was Wir machen den Stream jetzt ganz kurz offline Ich komme gleich nochmal online mit Fortnite Ah ich habe jetzt die Fresse voll von Star Wars Sorry Sorry für diesen 10 Minuten Stream Ich habe die Fresse voll gerade von Star Wars Alter Die Server funktionieren nicht Das dauert irgendwelche fucking Disconnects Mann Ich habe die Schnauze voll Okay Ich habe die Schnauze voll Ich werde jetzt offline gehen Da komme ich gleich mit Fortnite wieder Wenigstens das Spiel funktioniert Wenigstens Fuck man Ich weiß nicht wo ich davon halten soll Also die Beta gefällt mir jetzt Von Star Wars bis jetzt wirklich Nicht so richtig Also die Server sind instabelt wie sonst was Ich bin permanent offline Ich fliege andauernd aus irgendwelchen Runden raus Ich meine ansonsten ist das Spiel ganz cool Ja Aber du fliegst halt andauernd raus Ich beende jetzt wie gesagt Hier ganz kurz den Stream Ich werde jetzt ganz kurz Ähm Ein bisschen was ändern Das war jetzt der 13. Livestream von mir 10 Minuten Was erwartest du Keine Ahnung Vernünftiges Server Ich denke mal das ungefähr erwarte ich Ich meine es ist meine gut Es ist nur eine Beta Aber trotzdem Trotzdem kann man noch wenigstens Ein Spiel erwarten Was wenigstens einigermaßen Plötzlich funktioniert Ich meine das Spiel soll jetzt schon Im nächsten Monat Oder noch Dieses Monat Nee Ich glaube im nächsten Monat Soll das rauskommen Ich weiß es nicht Das sollte auf jeden Fall Im nächsten rauskommen Ich denke mal Das ist schon Kein guter Vorgeschmack Das Spiel gerade so Nach meinem Motto Ich meine gut Du hast nur eine Map Und dann halt die Server Und die dauernd down sind Auf jeden Fall Go Crowd Hi was geht Ich bin gleich offline Und dann wechseln wir das Spiel Ich habe die Fresse voll Von Star Wars Alter Ich habe gerade echt Also ich weiß nicht warum Weil ich habe das schon ehrlich gesagt Erstens schon ein bisschen gespielt Und aufgenommen Da war eigentlich ganz cool Da hatte ich eigentlich nicht so ein Problem Aber jetzt gerade Ich werde eigentlich Ich habe andauernd nur noch Disconnects Und den ganzen Scheiß Okay bis gleich Ich finde das Spiel Jetzt gut ja Ich habe ehrlich gesagt Jetzt die Fresse voll Ich weiß nicht was es ist Gefühlt habe nur ich das Problem Dass ich andauernd offline Also dass ich andauernd hier off bin Oder so in dem Game Ich weiß nicht warum Auf jeden Fall Wir sehen uns gleich wieder mit Fortnite Ich denke mal Es wird denke ich mal So 5 oder 10 Minuten dauern Bis ich wieder online bin Bis gleich Bis gleich